Trainier! Du musst ein bisschen mehr trainieren für den Wacken ziehen! Verdammt, mein Mann! Hopp, bitte! Das ist nichts! Schnell! Hopp! Du musst den Wacken ziehen für die Fase, sonst haben wir keine Chance! Jetzt kann man es gerade ziehen, schau! Ganz brutal! Uns verhaut es fast selber! Das sind zwei Schnitzgewacks, die am Trainieren sind. Für was, sagt euch jetzt der Baske? Erzähl schnell, Baske, warum sind die hier am Fitnesstraining gemacht? Los, wir sind dran am Trainieren, weil das Problem ist, wir haben keinen Traktor, um unseren Wagen zu ziehen, rein nach an der Fase, dann kommt es Tauwil. Okay, das heisst ein Traktor ist, wird ihr gesehen werden. So, komm, löpfen mal deine Füße da ein bisschen! Nein, das ist ja Wahnsinn! Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, wie das würde aussehen, wenn die mit ihrem Wagen, der ist schon fertig, gell? Das ist ein riesen Kalb! Der Wagen ist fertig, wir suchen einfach nur noch den Traktor. Und eben, wir sind am Trainieren und wir kommen nicht weiter mit dem Traktor. Okay? Also ich glaube, wir lassen sie weitermachen, das hat keinen Sinn! Die haben die Information verstanden, die Botschaft ist klar, ein Traktor muss her! Und jetzt machen wir noch das Geräusch und trainieren auch mit! Brrrm 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 brrrm! So, ab gehen wir mal Gutsi da! Und gehen wir selber mal an die Phase nachgehen! Höch mit den Arm! Offen, hofen! Und die Beine auch offen! Heiei hei!